willkommen zurück zu andrena steht im walde und ganz still und stumm da kam eine kleine kuh und haut ihn um denn der andrena steht hier rum weil er vergessen hat seine uhr zu stellen bumm und jetzt steht die uhr juhu ok hallo gerade auf den server gegangen erst mal schock meines lebens bekommen das heißt server es ist ja kein server es ist ja eine es ist ja kein server was ich hier betreibe es ist ja alles lokal hier ist ja alles lokal gut die kühe hier sind für weiterhin fleißig die schweinchen schweinchen sage ich schon die hühner auch so was tun wir jetzt was tun wir nun was ist jetzt hier los ich habe nicht herausgefunden warum hier diese blumen sich verpissen verpissen sie sie verpissen sich gut die pollination klappt relativ gut aber trotzdem und jetzt weiß ich nicht mehr wo ich jetzt gerade dabei war ich war irgendwie dabei ich erinnere mich dunkel mich um die magneten zu kümmern dafür fehlen mir enderperlen und was mir auch fehlt ist meine liste und viele diamanten wir haben 219 diamanten das ist ein bisschen wenig wir bräuchten da vielleicht ein paar mehr ich was jetzt kann man nachschauen wollte ist wie viel gravel habe ich denn in meinem system 5000 gravel ok heißt man könnte sich jetzt einfach so mal so ein paar sieb stationen bauen wo wir den gravel sieben das würde ich jetzt mal angehen ganz grob hier wird auch fleißig erde gemacht sowieso funktioniert auch hier komposting ja das sieht gut aus gut also wir haben hier ja sowieso schon gravel ohne ende der hier gesiebt wird was heißt ohne ende ohne ende würde ich das nicht nennen aber naja so wird da gravel gesiebt gelegentlich und wir holen uns jetzt einfach mehr gravel und machen mehr siebe daraus ich komme hier durch danke auch dieser server hier der macht mich fertig hier ist einfach zu viel gut hier habe ich in den letzten folgen meine m3 mit den kleinen dingern hingestellt um einfach mehr plätze für einzeldinger zu haben aber hier werden meine perlen gemacht genau hier werden ja ganz viele perlen hergestellt ist da doch genug sand drin da ist gar nichts mehr drin doch hier ist noch sand okay just insert sand gut jetzt muss ich erst mal wieder in mein questbook gucken beast and trees vision of your wizard steve for the hoarding hier dirt collection 21 prozent wie viel dirt hätten wir denn momentan warum ist hier ein loch warum ist dort ein loch in meinem boden weiß ich nicht dies machen wir mal weg was wollte ich jetzt gucken wie viel dirt haben wir aktuell 17k mal wieder okay dass wir 600k brauchen erzähle ich jetzt einfach mal nicht und wie steht es hier um mein letztes ding ich bin immer noch bei 4 september compressed cover stones ist ja nicht so dass es nicht so ewig dauern würde okay also was täte ich jetzt tun um hier etwas zu täten dass ich tun will ich täte jetzt gerne ein paar autonomes activatoren haben autonomes activator ein und dann bauen wir uns noch mal so 1 2 3 4 5 6 dann brauche ich sechs sieben und wie kriege ich die denn sonst noch momentan so zustande okay gut diamanten dinger smelten ist klar sowieso diamanten erz auch ich eine jukebox in die sawmill packe what wie baue ich eine jukebox hey ach dafür brauche ich das zerlegt einfach nur wieder der zerteile also dementsprechend nicht geeignet um das um da gewinn rauszuschlagen wo haben wir ihn denn da ist er doch den wollen wir uns hier zu gemüte führen jukebox ja das war die geschichte die ich jetzt machen wollte drop chance ein prozent also das ist schon ziemlich wenig gut mangels alternativen bleibt uns alles übrig also wir brauchen ein oak sieve da wäre es auch schon passiven meshes eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf röms röms oh shit da war das mal noch ein waschen ups oxy dann brauche ich viel mehr autonomes activatoren sind ja jetzt nur so wenig ich brauche ein paar mehr da war ja was ich brauche ich dann ja zwölfe also nicht das sind jetzt sieben heißt ich muss noch mal noch mal 14 dazu bauen wir sind jetzt 15 geworden aber ok 22 einer zu viel so und dann wir haben jetzt 29 oxys ja komm hör auf lassen wir dieses spielchen ok wir brauchen import busses in das system precision import bus 1 2 3 bei sieben stationen sollten drei import busses reichen dementsprechend brauchen wir auch export busses da reichen wir glaube ich die kleinen 4 6 7 export busses ich brauche mindestens ein gravel um das alles einstellen zu können und was täte ich noch tun brauchen oxyf haben war ja was täte ich denn noch tun wollen ach ja ich brauche noch die hopper hopper die vacuum hopper wir haben hier schon mal drei vier das reicht eigentlich ok gehen wir mal hierhin ein paar me kabel sowieso und schwung und sprung wie kabel ok gehen wir hierhin und bauen das hier auf ich muss jetzt erstmal hier den boden aufkloppen 1 2 3 4 5 6 7 dann täte ich die activate das brauchen 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 weg 1 2 3 4 5 6 7 gut die unten drehen wir um bis sie dann nach oben zeigen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 und 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zum glück ist das nicht langweilig hier haben wir gerade eine Fackel geklaut die stellen wir wieder hin die siebe brauchen wir in die Mitte und so nicht 1 2 3 4 5 6 7 gut die hopper dazu die ich nicht direkt drauf setzen will sondern lieber einen höher ich darf ja nichts habe um das zu tun dann nutzen wir kurzzeitig mal das Gravel hier als Hilfe danke hopper oben drauf weg nein das sollte nicht passieren Entschuldigung okay und jetzt brauche ich hier ach Mist okay das funktioniert ja jetzt ganz gut nicht also 1 2 3 da einen hin hopper drauf den weg machen schwupp und dann wollte ich hier noch einen hinsetzen genau so der hopper Roni Grande den gibt es zu mir wieder so die hopper brauche jetzt bitte nach oben einen Ausgang komm mal her und auch du Brutus kriegst den hopper Ausgang nach oben so da oben kommen dann die Import Bustes ran 1 2 und hopper 3 so dann haben wir die Kabel Verbindung die ich mir hier mal kurz rüber ziehen muss ne wieso ziehen wir uns die hier hin nach oben ne hier müsste ich mal hoch hallo danke so darf ich dankeschön so und dann hier entlang zieh Mist ziehen dankeschön sieht scheiße aus weiß ich okay die Export Buses hier sind natürlich jetzt pre-configured was ziemlich scheiße ist weil er mir da bitte keine Scheers reinpacken soll und da bitte auch nicht äh sick invasiers sind das oder oh kein Crotty und das bitte sowieso nicht was will er mich hier reinpacken nein kein Weizen den Weizen sollst du nicht sieben das ist nicht Sinn der Sache ok hüpf 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 und hier ok in der Theorie kann ich jetzt hier einfach hingehen und sagen hier packt Level rein und legt los wenn das hier angeschlossen wäre ah ok da liegt der Fehler dann schließen wir den Scheiß doch mal an und schon sollte hier was passieren hier zum Beispiel das ist ja ein Export Bus ja haha aber erst wenn ich hier hinten einen Eingang raus mache erst dann Eingang ne Eingang 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 und einen Eingang so also hier wird schon ganz fleißig gesiebt das sieht doch schon mal gut aus ok dann können wir da Gravel reinpacken und da Gravel reinpacken und hier Gravel reinpacken und so weiter und so fort feine Sache das Gravel Gesiebe kann losgehen es geht auch hier schon ganz fleißig los ok jetzt heißt es nur noch warten bis wir oh warten ich hasse warten wisst ihr das ich glaube dieses ganze Let's Play besteht zu 90% aus Warten äh Gravel nicht G-Revel nicht Gravel ok das geht jetzt massiv runter jetzt habe ich natürlich das Problem dass mir dann irgendwann der Gravel ausgeht und aus 5000 Cobblestone äh 5000 Gravel kriege ich nach Adam Riese lassen wir uns mal kurz rechnen 5000 durch 100 sind zwei Nullen weg das heißt ich kriege da 50 Diamanten raus was zu wenig ist ich brauche irgendwie um die 1000 was schon eher schwer ist ok das heißt ich muss dann irgendwie auch mal dafür sorgen dass wir hier mehr Gravel kriegen ähm weil ich dann nach Adam Riese 100.000 brauche um 100 ne um 1000 zu kriegen gut nicht scheiße also heißt es jetzt auch dass wir mehr mehr Gravel brauchen ja scheiße scheißendreckarsch hier haben wir ziemlich viel Zeug äh ok wir brauchen mehr Gravel das heißt wir müssen mehr äh mehr Dinger bauen urks sowie urks ähm wie mache ich jetzt das am schlauesten und wieso ist hier verstopft oh was geht denn hier ab wieso ist das hier verstopft hä äh wieso da geht was raus wieso geht das hier nicht raus zu viel in der Leitung dass das nicht mehr schafft man das ist ja möglich aber trotzdem doof ein bisschen doof ist das schon ne wenn ich das mal so sagen darf gut ich muss mich jetzt trotzdem erstmal um den Gravel kümmern ähm das heißt ich brauche ein paar ich brauche erstmal Cobblestone wie viel Cobblestone habe ich hier noch so Cobbl 10k ist ein bisschen wenig ok also ich brauche definitiv Igneus Extruder da habe ich gesagt da haben wir ja ein paar vier Stück äh dazu zwei Pulverizer äh Pulverizer 1 2 3 4 reicht das das reicht glaube ich nicht ich brauche schon 6 heißt ich brauche dann auch äh von den Igneus X2 dann Igneus X2 dann brauche ich dann auch entsprechend nochmal welche so dann brauche ich ein paar Importbusses damit die auch ins System das ganze auch ins System reinkommt Basic sollte reichen und ME Kabel haben wir noch gut äh ich brauche jetzt noch ein paar Fluidokte Bums und ein paar ne das reicht eigentlich und dann weil ich faul bin setze ich den ganzen kleinen Radatsch einfach hier mit ran und freue mich des Lebens dass das so einfach geht ha ok also wir wollen hier die Igneus X2 da ran setzen einfach ne die stehen alle in die Richtung oder ne die stehen in die Richtung ok heißt ich setze mich da hin und mache dann äh darf ich danke 1 2 3 4 5 6 gott jetzt kriegen die von da aus Wasser jetzt brauchen die aber auch noch Lava Mr. Lava Lava kriegen sie von der anderen Seite komm mal her äh Mr. Lava Lava einmal hallo hallo danke darf ich bitteschön das ist nett von dir und schon sollten sie noch nicht produzieren weil natürlich noch nicht angeschlossen ist die Lava kommt hier an heißt wir gehen nochmal hier rüber irgendwie so und das war schon eher zu hoch macht aber nichts so und schon haben wir hier Lava und es wird produziert ok jetzt setze ich oben drauf ich hoffe das Funktion nuckelt äh wenn ich jetzt hier also mal so 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 und oben dann Eingang äh Ausgang sorry Ausgang nach oben ach oben ist ja schon Ausgang dann kann ich es einfach so lassen und natürlich sollte ich vielleicht doch den Eingang setzen sonst kommt das halt nicht rein aber brauche ich eigentlich ok äh Strom brauche ich noch der ist glücklicherweise hier in der Nähe äh Pulverizer so sechsmal Pulverizer zu ihren Diensten äh wenn ich darf ok äh der steht falsch so bitte so was brauchen wir hier wir brauchen äh unten einen Eingang und oben einen kombinierten Ausgang und den ganzen anderen Schrott brauchen wir nicht so so soll die Konfiguration sein äh weg 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 unten Eingang oben kombinierten Ausgang gut Eingang nix 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 kombinierten Eingang oh Gottes Willen ok äh das war der Ausgang noch nicht kombiniert und so unten Eingang weg 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 da nochmal ach ein zu viel und Eingang und noch einmal beim letzten damit wir die auch haben jetzt sehe ich gerade hier kann ich ja gar nichts mehr äh hier habe ich ja scheiße gebaut hier habe ich ja scheiße gebaut ok der Ausgang hier muss zur Seite der kombinierte damit das Funktion kürt ich wollte aber unten schon Eingang haben so dann brauchen wir die Basic Import Pass von denen ich nur zwei habe ich nur zwei schon mitgenommen bin ich wahnsinnig ok ich brauche mehr Basic Import Buses mehr Basic Import Pass äh Basic das sind aber Import Bus ich brauche nochmal 41234 so und ein paar Redstone Energy Conduits sofern ich noch welche habe habe ich noch gut gut da ist ich gut da ok hier rüber einmal hier den Strom hinlegen äh einfach da hin und schon funktioniert das sehr schön jetzt muss ich nur noch rausschieben können das gibt es hier oben die Buses ok da kommt El Gravellones wir kriegen noch ein bisschen Sand dazu feine Sache ok jetzt muss ich nur dann auf Dauer mal den Gravellmarkt hier beobachten Gravell wir sind auf quasi null Heilige Mutter Gottes Maria und Josef das wird weniger anstatt mehr so gefühlt Scheibenkleister ey das wird tatsächlich weniger es reicht noch nicht fuck ist alles schön und gut es reicht nicht ich lalalala ok der Durchsatz ist da würde ich mal sagen das ist durchaus fix scheiße ok also Gravell ist zu wenig ich muss noch zwei drei Dinger mehr dahinter setzen ok das werden wir tun wie sieht es mit den Diamanten aus Diamante 189 Scheiße. Gut, also was lernen wir daraus, Kinder? Guckt euch vorher die Quests an und bevor ihr so ein Projekt anfangt und dann seht so, dass ihr die Ressourcen rechtzeitig da habt. Gut, mit dieser Weisheit des Sonntags würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch an einem Montag. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr mich noch mehrfach wieder einschaltet. Bis dahin, ciao!